Servus Leute, Team Bubble Tea hier. Ich bin hier mit Chong und Barisch. Wir haben eine große Ankündigung für unser Online-Turnier. Das findet am 22. Mai statt. Es findet über DN statt, das heißt ihr müsst euch da über das Drivewire anmelden. Das Turnier ist kostenlos und weil es online ist, braucht ihr auch nicht wirklich die teuersten und besten Karten zu haben. Wir kommen jetzt mal zu den Preisen, dafür gebe ich mal an Chong weiter. Check es auf jeden Fall ab, echt geile Preise sind dabei. Wir haben Market-Gutscheine, wir haben Ultimate Guard Top 4 Preise, Überraschungen aber leider. Ansonsten gibt es auch eine Matte plus Motiv, eigenes Motiv, was ihr euch wünschen kann von Custom Playmate. Check es auf jeden Fall ab. Genau, also die Anmeldung ist ganz einfach. Bis jetzt hat es nur Dimmi nicht geschafft, aber sonst jeder von uns. Jetzt werden alle dabei sein, es wird Spaß machen. Es ist eine Woche vor DM und es ist eine gute Vorbereitung. Im Meta ist noch nicht klar, welches Deck wird gespielt, was ist gut, was ist Tier 1. Deswegen macht's mit, gute Erfahrungen sammeln. Florian auf, bitte schön! Also machen wir ein paar Tochter im nächsten Mal dann. Bis dann! MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 MDR 2022 MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 MDR 2021 Untertitelung. BR 2018